Hey, Servus, grüß dich! Leid man dir aufgetan, gell? Laut ist es ein bisschen, gell? Ein bisschen laut, gell? Nein, ein bisschen leiser. Und wie gehst du hier? Wer bist du? Ja, ich bin der Martin, du? Ich bin der Bernhard. Voll, voll lässiger Diskotektor, he? Ja, ist es zum ersten Mal da? Ja, voll geil! Was hast du da gemacht? Voll chillig drauf, unglaublich! Die Stimmung ist aber super! Ich habe mir gedacht, das ist der Martin in der Bernhard. Du, super ist da! Ja, voll geil! So lässig, unglaublich! Ich meine, was wir wirklich jetzt machen können, jetzt zum Beispiel mal können, wirst beweisen, dass das super ist! Das finde ich voll genial! Mit der gleichen Technologie und so! Das ist so genial! Weißt du, das ist so geil! Das ist so leil! Wirst du anschenken? Mit der Technologie? Ja, das schenken wir uns jetzt auch! Ja, das ist super! Was auch? Knock, Knock nennt sich das! Knock, Knock! Knock, Knock! Ruhig! Du bist ja wie mit der Martin! Facebook? Aha! Super! Warte mal, ich schaue mir dein Profil einmal an! Ja! Super, Alter! Geil, wie hast du da? Mhm! Was ich jetzt mache? Ich bestätige dich, du bist der Martin! Alter, du musst mich appen! Appen! Appen, Appen! Es ist alles von einem Bier! Warte mal! Ich habe eine Bier-App auch! Nein, da kann man gleich mal größer! Da kann man abfotografieren! Das stimmt doch mal, dass ein kühles Blonde ist! So, ich mache mir auch gleich ein Foto! Ein Selfie! Und wie geht das? Was haben wir? Ich schicke es dir! Ich schicke es dir! Und ich bestätige dich gleich, dass du und wir das wollen! Super! Ja, ich weiß ja, das ist so geil! Mit den nirgenden digitalen Medien kannst du alles machen, gell? Ja! Bisschen! Ja! Bisschen! Bisschen! Ja! Du, nein! Ja, ich bin gerade beschäftigt! Ja! Nein, in der Firma bin ich! Ja, das ist... Da macht der Chef gerade Party oder sowas! Nein, nein, das weiß ich nicht! Ich tue programmieren! Kaffee! Ich brauche die! Ich brauche die! Ich brauche die! Du, Schatz, ich muss auch nicht, gell? Das Chef hier ruft mich, gell? Ja! Doch, da unten! Du hast keine Zeit! Wir müssen was reiten! Nein, das ist voll so der Oberlaufnahme! Der tut gerade Sketch, also so Filme machen, gell? Okay! Bis dann, gell? Naja! Ja! Du bist ein Kassatüff! Warte irgendwie! Wie schaut es bei dir aus? Ich brauche keine Beziehung mehr, weißt du? Ich stehe jetzt in der... Oh! Geil! Wahnsinn! Warte! Gib mir auch ein! Heiß! Wie Eisen! Wie ist das schon so? Das ist, was da kein Werker sein hat! Das ist schon heiß, oder? Aber die... Weißt du? Ich ziehe die aus! Ich ziehe die aus! Wie ist das? Oh Mann! Bist du nicht, dass der Martin jetzt durchtrainiert? Hahaha! Das muss ich gleich bestätigen, dass der Martin jetzt durchtrainiert hat! Du hast das halt in Facebook, was du dir heute auch alt hast! Facebook! Facebook ist alt! Ich bin auf etwas ganz was Neues! Was ist das? Nein! Ethereum ist Facebook 3.0! Was ist das? Was ist das? Das ist so geil geworden! Da brauchst du die Praxen nicht mehr! Nichts? Nein! Du brauchst nichts mehr machen! Was passiert da? Mit Ethereum, da kannst du elektronische Contract schließen! Kann ich ja noch was schließen! Ich weiß nicht, was du willst! Das ist schon egal! Aber Ethereum! Da zahlst du den Gas! Und du lässt den Scheiß! Hahaha! Und in Ethereum! Die neue Währung! Aha! Was passiert da? Können wir da alte checken? Nein! Was magst du da alte checken? Das geht doch gar nicht mehr! Das ist das nächste Level! Ich weiß nicht! Von was? Von was? Du meinst vom digital Contract? Ja! Ich weiß nicht! Ich brauch immer den Connect! Du brauchst nicht mehr! Du brauchst nicht mehr! Wir sind eine digitale Welt daheim! Weißt du, was ich meine? Aber ich kann mal, da ist mein Mann! Wie geht das? Nein! Zum Beispiel! Kannst jetzt zum Beispiel hier mit der Rehung! Kannst jetzt einen elektronischen Contract schicken! Ah! Die steht da! Die schaut um! Die lachen schon! Schau! Das ist ja eine Antigung! Link schicken! Du schau! Ich mach das jetzt! Hey Schatzi! Ich mach ein Foto! Ja, du! Jetzt bestätige ich! Was willst du mit ihr machen? Was hast du gesagt? Ich mach mal kein Chakal Chakal! Ich mach mal kein Chakal Chakal! Das ist nicht das alles! Der Hut kann raus! Kann man das auch öffnen? So! Nicht schon! Da! Passt du, wie schwer gebildet? Schau! 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 Passt du so! Ich tanke, ich hab gleich mal mit dir! Ja! Danke! Digitaler Contract! Danke mal! Super! Schwingt der Leck in der Cloud! Schwingt der Leck in der Cloud! Vielen Dank.